Da ist der Zustand auch nicht so gut. Ich bleibe mal beim Mais, dann verliere ich den Überblick momentan noch nicht. Kleiner Kuhstall. Jungtiere werden alle sofort geschlachtet, weil wir hier gleich weiter besamen. Die Milchproduktion muss angetrieben werden. Das wird immer weniger mit dem Geld. Aussehen. Mais. So, der müsste auch gleich fertig sein. Dann pflüge mal hier. Düngen ist nicht notwendig. Ich finde es schade, dass ich nicht weiter nach rauszoomen kann. So, wie sieht es mit dem Lager aus? Eigentlich recht dürftig. So, das mit dem Wohnhaus kann ich vergessen. Vor allem, dass ich hier über den Winter kommen muss. Mais, Mais, Stroh, Stroh. Kommen wir mal ein bisschen in den Speed hier. Gleich weiter. Der Traktor lässt auch bald zu wünschen übrig. Aber der muss noch durch bis zum Winter. 19%. Weißt du was? Das ist nicht gut. Ich schmiede einen. Bleibe bei dem Weiß. Und weiter geht's. Wie geht's denn eigentlich mit meinen Tieren? Schlachten. Schlachten. Was wird mir jetzt hier so nachwuchs? Ich muss noch einmal besamen. Ne. Öfters. Oder nach einem Jahr sind die fertig, die Kühe. So, wen habe ich denn zum Reparieren? Die schauen wir zum Reparieren. Ja, es sieht momentan alles gut aus. So, weiter geht's. Ich denke mal, wenn das mehr ist, kann das ja hier richtig Stress ausatmen. Momentan läuft hier alles sehr gut. Ich bin da eigentlich recht zufrieden mit. Und wir können bald die Ernte einfahren. So, und wir kriegen ja auch wieder Geld für unsere Termingeschäfte. Oh, ernten. Auf jeden Fall. Machen wir ein bisschen langsamer. Hier auch an. Wie sieht's mit den Grünen aus? Vielleicht schaffen wir irgendwann, dass wir alle gleichzeitig was bringen. machen. So, wie sieht's mit Milch aus? 8000. Haben wir denn irgendwas auf dem Handelsmarkt mit Milch? Hier haben wir was mit Milch. Hier haben wir was mit Milch. Hier haben wir was mit Milch. Hier wird fleißig geahndet, das ist gut. Hier haben wir was mit Milch. Hier haben wir was mit Milch. Hier haben wir was mit Milch. So, hier ist bald das Wachstum fertig. Hier legen wir kurz nach. Hier sehen wir genauer das Wort. Der ist schon belegt. Ich brauche unbedingt einen zweiten Traktor. Ich habe 12.000 Miese. Woher kommt denn das? Fahrzeugkosten, Viehwirtschaft, Vormodat, Gehälter. Das kommt ja jetzt auch noch nachher dazu. Haben wir Strafe bezahlt? Okay. Oh, es gab wieder Nachwuchs. Anscheinend nicht. Irgendwann muss ich da auch wieder schuldenfrei sein. Wie ist denn das hier? Ich bin schon schuldenfrei. Oh, es haben wir Andrea schlachten. Andrea wird geschlachtet. So, wo war ich denn? Milch habe ich 9.000. Und Mais habe ich auch genug. Mais und Milch. Was habe ich noch an Stroh? Stroh habe ich 8.000. Ach, das nervt doch, dass ich jetzt nicht alles auf einen Blick habe. Stroh habe ich 8.000. 4.000. 7.400. Und ich fahre ja auch bald ein. So schnellstmöglich fliegen, nehmen wir den hier. Und ich fühle mich auch, dass du es so standard macht. Ich habe nur noch 16 Tage Zeit, um zu sehen. Wieso kann ich dich noch nicht schlachten? Gordon, schnellstmöglich. Komm, beeil dich. Zwei Tage. Vier Tage. Das wird alles knapp. Bis zum nächsten Mal.